Diese Weihnachten Mein Schein! Der Weihnachtsmann kommt! ist die richtige Zeit für die Liebe. Liebe ist was Tiefes. Liebe, Liebe ist das Wichtigste im Leben. Das sind Emotionen. Alles ist Liebe. Hatten Sie schon einmal einen perfekten Song? Nee, ich hätte nun einen ganz schlechten Schlager mit einer total verkackten letzten Strophe. Im Kino.